Iiii-Tunnel die Reise zum nächsten Stern, des Indi und seinen Planeten begann vor etwa 300 Jahren. Konventionell angetriebene Normalraumschiffe, das heißt mit Ionienimpulsantrieb drangen bis in den nahezu gravitationsfreien Raum zwischen den beiden Sternen vor. Bald war die Hälfte erreicht. Nun stellte sich folgende Frage trauen wir uns bis rüber ohne zu wissen was uns genau erwartet oder brechen wir ab? Nun, umkehren stand aus mehreren Gründen außer Frage. Selbst wenn die Reise eine ohne Wiederkehr wäre, ließ der Frosche dann keinen anderen Ausweg zu. Zweitens wusste man zudem, dass drüben Festkörperplaneten ähnlich unseres eigenen vorhanden sind. Der wichtigste Grund jedoch waren Radiosignale, die man selbst damals bereits empfing und die einfach als künstlich gedeutet werden mussten. Man rechnete fest mit einer Zivilisation, dazu später mehr. Der Schritt wurde also gewagt. Fünf Jahre im All bei etwa 20% Lichtgeschwindigkeit zu reisen verlangt ausgeklügelte Techniken. Verfahren außerhalb der Physik und Quanten gesteuerte Impulsantriebe. Die Medizin garantierte ausgiebiges Schlafen bei nur noch 3% körperlicher Aktivität. Wie bereits erwähnt leistete der sich selbst regezellende Biosphärenkreislauf ebenfalls viel zum Gelingen Dei. Hier eine kleine Notiz. Es ist möglich ein Lichtjahr in fünf Jahren konventional zu überwinden. Der Antrieb ist kein Geheimnis, vom Prinzip her, wenn man an die Bindungsenergien rankommt und diese günstig verbrennt, geradezu trivial. Tausendfach verbaut wird der Impulsantrieb heute nur noch im interplaneterischen Raum, auf Kurzstrecke, eingesetzt. In der Beschleunigungs- und Bremsphase erzeugt man als Abfallprodukt eine annehme künstliche Gravitation. Bei Reisegeschwindigkeit von 0,2c setzt man Rotation ein. Die Nachrichtenübertragung ist schwierig, aber machbar. Die Lokalzeit tickt sowohl links als auch rechts und c ist immer noch 80% schneller. Technische Neuerungen verbreiten sich, Baupläne können übermittelt werden. Bereits vor dem Raumfahrtprogramm, parallel dazu und wegen den zu erwartenden Erfolgen war eine andere Disziplin der Physik Gegenstand intensivster Forschung. Seit der Entdeckung der Quantenwelt wurde diese mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln erforscht. Man schoss sozusagen mit Kanonen darauf. Ringbeschleuniger entdeckten immer hochenergetischere Teilchen und damit einhergenden Raumzeitverzerrungen. Dabei ist der Begriff der Krümmung relativ zum Beobachter. Die entgegengesetzte Sichtweise ist genauso gültig. Viktorelle Raumblasen entstanden und verschwanden. Die Weiterentwicklung der Teilchenbeschleuniger war wichtig, aber nun soll gleich das Augenmerk auf das Jetzt und Hier gerichtet werden. Im interplaneterischen Raum, stationär neben unserem Heimatplaneten Triebel liegt der Superbeschleuniger Tunnel Gamma I. Ein 300 000 Kilometer langer Ring generiert aus supraleitenden Magneten. Durch die Weltraumkälte fällt eine aufwendige Kühlung weg, wenige Kelvin reichen aus ein ultrahohes Vakuum A0k und damit den leersten Raum des gesamten Rahrsystems zu erzeugen. Die spezifischen Details der Kühlung als auch die magnetische Teilchensteuerung sowie das zum Einsatz kommende atomare Material kann man in der technischen Dokumentation nachlesen. Auf Einzelheiten wird hier verzichtet, wichtiger ist was diese Maschine leistet. Mit Tunnel Gamma I kann man reisen. Ein Lichtjahr kann in wenigen Minuten Normalraumzeit überwunden werden. Alle Vorgänge spielen sich dabei unterhalb der Lichtgeschwindigkeit ab. Trotzdem wird ein kausaler Zusammenhang zweier weit entfernter Raumzeitpunkte brauchbar schnell hergestellt. Zum Prinzip der Fortbewegung mittels Zerstörung und Erzeugung von Raum relativ zur Transportrichtung gleich mehr, erstmal soll der Blick auf die geschichtliche Entwicklung gerichtet werden. Der Indie war konventionell erreicht. Die Kommunikation schwierig aber machbar. Man fand die gleichen Resurzen wie bei uns vor. Es ähnelt sich überall. Auf Parkprime im Indiesystem gibt es ebenfalls humanoides Leben. Die Parkingern befanden sich am Anfang geostationärer Raumfahrt. Planeten waren noch keine erreicht, aber das Gravitationsfeld des Parkprime wurde bereits erfolgreich verlassen. Die Radiosignale von früher bestätigten sich. Trotz Ankündigung war das Erstaunen groß, als dann tatsächlich ein extrasolares Raumschiff von ihrem zweithältsten Gestirn, ihrer kleinen Sonne, in der Hauptstadt Syntari auf Parkprime landete. Auf das Indiesystem mit seinen weiteren Planeten und Bewohner wird später im Laufe der Geschichte weiter eingegangen. Derzeit soll auf etwas anderes verwiesen werden. Wichtig ist, wie bereits erwähnt, dass die Evolutionsereignisse im Universum gleich ablaufen und die Parkinger uns sehr wählen. In Gestalt und Geist sind sie beinahe ein Spiegelbild unserer selbst. Später stellte man sogar eine höhere genetische Integrität als unsere eigene fest. Also begann man auch dort mit der Konstruktion eines Ringbeschleunigers im All, nach unserem Vorbild. Nach Lot-Quantem-Gravitation 2.0 ist experimentell bestätigt, dass die Quantem-Geometrie und damit einhergehender Spinschaum strukturell stabil bleibt, auch auf einer kleineren Raumzeitfläche. Durch dieses Fakt ist es möglich Informationen und eine ganze Transport-Geometrie zu übertragen. Das Spinnetzwerk erkennt da keinen Unterschied. Der Raum an sich ist kein Hintergrund, sondern selbst ein dynamisches Objekt, das entstehen und verschwinden kann. Die große Energie zwingt ihn dabei in Transportrichtung zur Auslöschung und dahinter zum neuen Aussprossen. Die Strukturänderungen im Spinnetzwerk pflanzen sich nur scheinbar über Lichtschnell fort. Tatsächlich sind sie an der kurzen Zeitfläche anlehnt. Die Kapsel ist also punktgenau im All positioniert. Danach wird das Material im Beschleuniger auf Kollision kurz vor Austritt des Rings geschaltet. Die immense Energie wird dann im All exakt Richtung Gamma-II freigesetzt. Bei diesem Inferno, durch die Tiefenverzerrung, wird die frei im Raum schwebende Kapsel mitgerissen und drüben wieder freigegeben. Wie es ist? Gute Frage. So wie beim Niesen der Herzschlag aussetzt und wir davon völlig unberührt sind, so verläuft das Reisen im Extremraum. Mit einem perfekten Mikroskop sieht man Billionenmal genauer als mit einem solchen Teleskop, trotzdem hier kurz das Prinzip auf den großen Skalen. Bedingt durch die freigesetzte Energie und die Raumtopologie verschmelzen die aufeinandergerichteten Raumblasen kurzzeitig im sogenannten Pereris. Durch das Diffundieren der Mannigfaltigkeit wird Informationsaustausch erzwungen. Die spinstabile Transportkapsel schleift sich an den geschrumpften Raumzeitflächen in Transportrichtung und via neu entstehende Raumpunkte hinter ihr ins Ziel. Auch wenn die Technik ständig weiterentwickelt wird, ist derzeit der Aufwand Menschen durch den Tunnel zu schleusen immens. Deshalb findet zwischen den benachbarten Systemen nur ein geringer Personentransport statt. Das Reisen ist auf weniger einflussreiche Persönlichkeiten beschränkt. Es herrscht jedoch ein reger Nachrichtenaustausch nahezu in Echtzeit vor, die reine Informationsübertragung verbraucht wegen der vernachlässigbar kleinen Massen erheblich weniger Ressourcen. Die Spungeneratoren können nur auf konventionelle Weise in den Raum ausgebracht werden. Zum nächsten Stern, einem Doppelsternsystem ohne Planeten, wären es schon 7,5 Lichtjahre. Dies ist deutlich zu weit für uns heute und auf lange Sicht. Des Weiteren ist ein planetenloses Doppelsternsystem wenig interessant. Wir haben uns also die Füße benetzt, Insgesamt hängen wir aber auch nur planlos statisch auf unserem Raumzeitpunkt Null herum. Die Allungfassende-Theorie, welche groß und klein beinhaltet, erklärt dies alles, obwohl letzteres Wort zu 100% falsch ist. Man lädt recht gut ohne die Wahrheit. Diese ist ebenfalls gelogen und doch anders als unwahr. Sie sehen ohne das Zentralwort zu verwenden scheitert man hoffnungslos. Es wäre zu wünschen mehr über diese Theorie nachlösen zu können, was unmöglich ist ob schon des Artikels. Kaum zu ertragen, so wahr ist es. Menschen erzeugen lokale Handlungen. Königreiche, Zivilisationen, Dynastien, Geklünge, Kampf, Machtgier und Egoismus bestimmen uns im Alltag. Nun ist es soweit wir nähern uns Weg von der Physik hin zum Beginn der Geschichte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020